So, willkommen zurück. Ich habe natürlich letzte Folge Quatsch erzählt, das war nicht Folge 46, das war nicht Folge 47, dem heißt das hier Folge 48 und wir sind am Mission Control. Ufo-Class Battleship. Ich kann es mal versuchen, aber ich vermute nicht, dass der Raven den runterkriegt, ob mit einer Laser, der hat nicht mehr die Plasma-Kennel, der hat bloß die Laser-Kennel, oh fuck. Oh fuck. Der kommt niemand daher, pass mal auf. Oh, ich habe nichts davon hier. Ne, ab. Abbrechen, der wird bloß gestorben. Build by Items, ich brauche mehr Firestorm. Hmm, da haben wir hier Shiplist. Oh, ich brauche andere Waffen. Ne. Ne, was ist denn das? Darkthrow, nein. Firsthand, nein. Gas grenade. Fastma-Kennel. EMP-Kennel. Wir haben doch ein Grey-Market. Überzeug verkaufen kann. Komplete Transaction, dankeschön. Ehm, engineering build by Items. Manufacture. Oh, zwei davon bauen. So, Hangar View, Shiplist. Added, loadout. EMP-Kennon. Ich kann da gerade nichts tun. Ah, mein, Sabine-Nexus. Go to Mac Inventory. Ähm, ne, hä? Wie habe ich das? Maracan, die Soldiers. Mac Trooper, nein. Ich muss den Mac Trooper so ruhig. Loadout. Mac 3 Paladin. Und jetzt. Im Ende sind die Regeln, kann ich schon mal haben. Lass ich mal, damit ich wär's... ...wär du sozusagen reingehört... Ich kann es sehen, dass die Technik-Minute Panik ist, dass die Soldiers mind-control control können. Die Soldiers sind für einen Tag umset. Hm, das Spiel auch, das wird auch so sein, okay. ja die stehen Ne, hier kann ich Gene-Gen-Manipulationen verpassen. Das wäre lustig. Kann ich hier? Psi-Abilities. Das hätte ich schon Stufe 2. War doch Stufe 3. Psi-Drink Operative. Das ist ein Request vom Afrika-Moment. Panning Request. Ghost Grenades soll ich den verkaufen. 4 Stück. Endlich. Ich habe keine Items. Moment, jetzt View Soldiers. Reppermen. Cloudout. Dead Ghost Grenades dabei. E-Grenades nochmal. Damit habe ich 2. Neumann. Cloudout. Ich habe 3. Und jetzt habe ich 3. Kann da nicht noch ein 4. Brauch. Wie mir scheint, brauche ich noch ein 4. Ghost Grenade. Das kann ich mal verkaufen. Das Ding aber scheinlich. Brauche ich aber nichts. Das reicht schon, denke ich. Engineering. Nein. Nein. Nicht Build-by-Items. Äh. Ich brauche 4 mal Seeker Rack. Ich finde das egal. Das kann ich nicht mehr gehen. Ah, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin froh, dass unser weiterer Unterstützung für dieses Projekt war. Wir hoffen, dass eure heutigen Successen nur den Anfang von einer endurigen Effort, um die extraterrestriere Gefahr zu eliminieren. Wir werden uns in Kontakt, Commander. Transferdemon... Raven mit Lasercanon in Europa. Confirm. So, Demon, Demon, Raven. In Afrika brauche ich da noch einen, sonst habe ich überall einen Demon. Auf allen vier Kontinenten. Auf Afrika noch keinen. Carry on. Oh, Moment mal, jetzt kann ich ja hier wieder... Foundry. Heavy Platform. Advanced Repair, Shift Laser... Shift Plasma, Shift Repair... Drone Capture, Sentinel Drone... Monster... Mobility Improvements? Oh, was soll's. We're certainly keeping the boys down in the foundry busy. I'll let them know, you've got another project ready for production. So, was habe ich hier... Ah, gib weg! Fünf kann ich bauen, okay. Build by Items... Manufaktur... 1, 2, 3, 4, 5... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich mach mal ne... eine Psyama bei euch mal. Bring me big an Illuminate. Und Kram. Foot-tracking. Manufacture. Dodge. Manufacture. Fürs nächste Mal ein bisschen mehr haben wir. Sooo... Scann ich ein ReCard. ReResults. Ne Gift. Das haben doch irgendwie geändert. Früher hatten die mal verdammt viele. Assign your project. Foundry. Mach das mit überhaupt die Shiftings. Camion. Sooo... Nein. Hangar. New Shiplist. Speed-Avalanche muss das ausgestattet werden. Ehrlich. Konfirm. New Reaction Sights. We've picked up multiple requests for assistance. Abductions and progress are marked on the hologlobe. Hmm... Hmm... Abductions. Abductions. Ich wollte Australien nehmen. Confirm. Abduarm. Styles. Abduospiren. Abduatur. AbduTransiring. so in der kurskunde erreicht noch nicht die vorstattung ready beginn ist rot australia has sent a number of requests for assistance so that's our next drop site launch mission i think the map doesn't even know that i have played but it's also a new map Boah, der ist verdammte Meld. Okay, rausgehen ist nie. Ne, da war das doch das erste Meld direkt. Die laufen jetzt so geil. Der läuft irgendwie nicht so geil. So, wo ist man da? So, wo ist man da? Da ist er so links in der Ecke guckt so richtig. Ich denke es geht noch so über den Support. Oh mein, ist hier voll der Deckung? Na gut, wenn der voll der Deckung hat. Das hört sich wieder nach Flautern an. Heading out. 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 Oh, der darf auch nochmal eine Runde haben. Aua. Das tat wie. Oh. Oh. Fuck. Ne. Ich würde gerne siegen. Ich wollte gerade sagen, warum das so groß ist. Ups. Wir geben dich an die neue Position. Du musst nur den Launch-Proximity meinen. Ah. Ich bin da unten. Dankeschön. Pomp. Ja. 75. Und weg. Oh. Intimidate. Oh. Ah, ist die noch dran? Oh. 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 Kann es halt außen laufen, ey. Das ist voll gemein. Lass das andere Meldüffern kriegen. Daneben. Oh. Oh, das ist auch mit durchgeflogen bei mir auch. Hm. Uua. Oh. 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 64 ist aber nicht so viel, weil niemand ihn trifft. 95. Aber du kannst das, Watson. Das ist so eine geile Waffe. Fett. Stimmt, ich darf erst schießen und trotzdem weiterlaufen. Ah, das ist nicht so was. Der steht da richtig scheiße, muss ich mal so sagen. Vorbei. Aber wie vorbei? Hat Vorsicht in den Ding geschossen. Oh, ich glaube der war doch mal ohne schießen. Wir hätten wohl mal das Double Tap brauchen nächste Runde. Oh, der darf auch noch mal. Aber der trifft ja ja nie. Oh, der trifft? Okay. Nix gesagt. Nix gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Du darfst auch noch mal ne Runde mit Critical Strike versuchen. Nope. Ah, einfach doppelt schießen. Öh? Was denn jetzt? Hallo? Dankeschön. Dankeschön Und Raketen fauern! Bam! Raketen Punching! Location confirmed! Location confirmed! Ist keine... ist keine Deckung mehr oder was? Jaaa... Hä? Ah ne, es fällt einfach nicht an, wenn die Deckung ist. Das sind natürlich auch noch besser. Ich hab geile Bugs. Also mit der Nvidia Card hab ich jetzt geile Aufnahmebugs. Das zeigt halt einfach Sachen nie an. Zeigt bestimmt... bei dem zieht sich wieder die Deckung an. Achso, ein Herz. Weil ich halt ein Roboter durch Trottel. Jetzt will ich zeig zack, keine Deckung an. Oh, geil. Ähm... Negative O-Watch. Naaa... noch besser. Ja, soll mal das Feuer auf sich ziehen von dem O-Watch. Sehr gut, dann sind wir noch vorbei. Sehr gut, dann sind wir noch vorbei. Oh, geil. Ich hab's wohl getötet. Ich hab's wohl getötet. Ich will das Meld haben. Okay. Ich spür auch ne Nachladen. Oh. Oh, das tut ihm weh. Oh. Proximity mine. Pomp. Nina ist in Position. Vorsicht, wo sie hintreten. Schau, ob wir bewegen, Typ hier. Already there. Rums, acht Schaden, alter Schwede. Und mein O-Watch-Typ. Komm, mach'n weg. Bam. Ja, das ist ja noch ein Fiepen-Solz. Geht nicht mehr. X-Ray ausgeschaltet. Wir haben es geschafft, Commander. Mission erreicht. So. Folge 48 war das. Oh, der Kampf 48. We've nailed it. Ah, jetzt kann ich hier. Die Deknesis-Feld. Emo by Deknesis-Feld. Die Deknesis-Feld. Oh. Du hast 40% Defense. Für Gegner und Verbündete. Die ist meine Support-Täne. Gnese-Tussi. So. Da war's das erstmal für diese Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.